Willkommen zum dritten Teil der Serie Farben verstehen. Heute möchte ich dir zeigen, wie du verschiedene Violett- und Lila-Töne mischen kannst. Im ersten Teil des Jahres ging es hier auf meinem Kanal und im Newsletter um verschiedene Pinseltechniken im Aquarell und in der neuen Serie beschäftigen wir uns eben wie gesagt mit dem Thema Farben mischen. Dazu habe ich auf Instagram und im Newsletter gefragt, welche Farben ich einmal für dich mischen kann, welche Farbenmischungen dir die meisten Probleme bereiten und da habe ich unter anderem Nachrichten bekommen, dass Lila-Töne relativ schwer zu mischen seien und dass oft so matschige Farben entstehen. Für dieses Video benutze ich die Farben aus der Materialbox von Vinsor & Newton, die es im Juni bei mir im Newsletter und auf Instagram auch zu gewinnen gibt. In der Materialbox gibt es neben vielen anderen Materialien sechs verschiedene Aquarellfarben, davon zwei warme Rottöne und zwei kalte Blautöne. Der kalt-Rotton ist in diesem Fall ein Opernrosa, das ich sehr gerne für meine Blumenaquarelle benutze und das mische ich hier jetzt mit dem Cerulean Blue zu einem Violett an. Durch Zugabe von mehr Blau kann ich diesen Violettton weiter verändern. Im zweiten Beispiel nutze ich auch wieder das Opernrosa und gebe jetzt hier ein Ultramarin dazu. In der Gegenüberstellung kannst du jetzt wunderbar erkennen, wie sich die Violettöne unterscheiden. Im ersten Fall haben wir zwei kalte Farben miteinander gemischt, also das Opernrosa und das Cerulean Blue. Und im zweiten Fall habe ich das Opernrosa mit dem Ultramarin mit einem warmen Blau gemischt, also eben eine kalte Farbe das Rot und eine warme Farbe das Blau. Wiederholen wir das Ganze mal mit dem warmen Rot und schauen mal, was passiert. Das warme Rot ist in diesem Fall das Scarlet Rot. Und auch das mische ich nun zuerst mit dem Cerulean Blue. Das heißt, wir haben jetzt ein warmes Rot und ein kaltes Blau. Und unser Violettton sieht schon völlig anders aus, als in den oberen zwei Beispielen. Und nun mische ich auch noch das warme Rot mit dem warmen Blau, also mit dem Ultramarin. Mit dieser Gegenüberstellung lässt sich nun wunderbar erkennen, wie sich die Farbtöne unterscheiden. Habe ich also ein kaltes Rot als Grundlage, dann bekomme ich sehr leuchtende Violetttöne. Habe ich ein warmes Rot als Grundlage, dann bekomme ich eher einen erdigen, ja ich würde mal eher sagen Auverginton. In der Materialbox, die du wie gesagt im Juni, im Newsletter oder auf Instagram bei mir gewinnen kannst, gibt es auch noch einen Paintsgray. Diesen Farbton nehme ich auch sehr gerne für meine botanischen Aquarelle, da er sich sehr gut für zum Beispiel Schatten oder auch Dunkelheiten eignet. Und auch diesen bläulichen Ton können wir natürlich mit unseren beiden Rottönen kombinieren. Und wenn du auch den nächsten Teil der Farbserie nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen YouTube-Kanal. Oder noch besser, melde dich direkt für meinen Newsletter an. Denn dort gibt es jeden zweiten Donnerstag Tipps und Tricks zusammengefasst rund ums Aquarell. Und außerdem informiere ich dich auch über die nächsten Workshops und gebe dir Insights in meinen Studioalltag. Und wenn du direkt ein Motiv ausprobieren möchtest mit rosa bzw. auch violettnuancen, dann schau dir doch gerne meine Anleitung zu einer Magnolienblüte an, die ich dir hier unter dem Video verlinke.